Hakuna Matata Leute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Fail Resident Evil Outbreak Fall 1. So. Okay. Ähm. Ah, fuck, da ist ja eine Blut... Blut... Blutögel. Gut, nein, wir müssen jetzt hier hingehen. Und hier holen wir uns diesen einen Schlüssel. Oh, da ist ein Blutögel auch. Ha, nicht. Bekommen. So. Ähm. Da wo die Schlüsselkarte ist. Okay. So, ganz schnell rauf jetzt und... Da. Okay. Ähm. So. Jetzt würde ich sehr gerne diese Munition wieder auffüllen. Ähm. Oder? Nö. Ne, ne, okay. Das geht klar so. Haha. Bist wohl kopflos. Haha, du kannst nicht zu uns. Seht ihr? Eine durchsichtige Wand hält ihn davon ab. Hahaha. Oh nein. G-Data läuft gerade im Hintergrund. Das ist dann keine gute Idee aufzunehmen. Ähm. Dummdi dummdi dumm. Wieso muss G-Data immer dann ein Update machen? Wenn ich am Aufnahmen... äh, wenn ich beim Aufnehmen bin, wenn wir beim Aufnehmen sind. Südlicher Korridor erstes Untergeschoss. Jetzt werden wir... Oh, Update schon vorbei. Okay. Gut. Jetzt werden wir ganz schnell nochmal abspeichern gehen. Und... Ach, hier treffen wir ja noch unsere Freundin. Hey. Wie geht's? Ah. Fuh dich, fuh dich, fuh dich. So. Ja, ich hab gehört, deine Mutter hat dich gerufen, ne? Hehe. Deine Mutter ist so fett. Die benutzt eine Matratze als Tampon. Haha. Ah, cool. Ne, ach ja. Ähm. Wieder deine Mutter. Bitte komm jetzt hier mal wieder ran. Korridor erstes Untergeschoss. Spiderschwein. Spiderschwein. Ein Spiderschwein macht, was auch immer ein Spiderschwein macht. So. Oh. Oh. Gotti. Gottchen. So. Äh. Jim? Ist Jim tot? Ist Jim gerade gestorben? Ja, das ist... Boah. Das interessiert mich jetzt mal gerade. Wo ist eigentlich Cindy? Ist die auch schon längst gestorben? I don't know. I don't know. I don't know much about history. I don't know biology. Ozie. m'-m-m-m-m-m-m-m. Duri, daterderderderderderderderderderderd. Ne. Spaß. Oh. Wir stehen auf Vorsicht. Ohh. Das geht doch nicht. Nee, das geht doch echt nicht so. Äh, Moment, was haben wir? Ah, okay. Okay, Leute. So, jetzt haben wir gerade abgespeichert. Und wir könnten jetzt sozusagen zum Endboss gehen. Aber ich habe herausgefunden, wo... Oh, Cindy! Help me, please! Du bist noch hier. Ja, das tut mir nicht leid. Ja. Obwohl... Ach, komm. Ja, jetzt kommst du aber mit mir mit, ja? Äh, scheiße. Ja. Ich könnte mir wieder selbst in die Arschglocke beißen, weil ich jemandem geholfen habe und jetzt wieder selber... Nein, ich werde angegriffen. Dein Arsch wird... Ja, jetzt verpisst du dich schön in den Fahrstuhl rein, nicht wahr? Hm, ja, ist klar, war. Nein. Ich will das Spiel beenden und ich will neu laden. Ich will neu laden. Ich will neu laden. Tut mir leid, Leute. Da bin ich jetzt richtig pingelig, weil... Ich helfe... Ich helfe niemandem mehr. Ich werde am Ende sowieso einfach nur in den Arsch getreten. Das reicht. Sollen die Daten überschrieben werden? Nein. Ohne Systemdaten zu speichern? Ja. Nein, das... Das war mir wieder so klar. Jetzt wollte ich einmal Cindy helfen. Dachte mir... Outbreak. Dachte mir so... Ja, okay, dann kann ich sie vielleicht jetzt zum Endboss mitnehmen. Szenario da... Ja. Vielleicht kann ich sie dann mitnehmen. Nee, was kommt? Der Blutegel muss mich natürlich dann auch wieder so verletzen, dass ich nur noch humpeln muss. Dass wir nur noch humpeln müssen. Warte mal, nehme ich mit Stimme auf? Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Ich dachte gerade, ich hätte das jetzt schon ohne Stimme aufgenommen. Ja, ich bin manchmal ganz schön vergesslich. Oh, Manni. She's a maniac. Maniac. Spaß. Ja, ich hatte so recht. Ich werde keinem Arsch mehr helfen. Es reicht. Es kommt mir... Es steht mir bis hier. Du, ich bin total auf der Palme und gleich eins aufs Maul. Oh, nee. Oh, mein Gott, nee. Meine Güte, das hat mich gerade echt aufgeregt. Tut mir leid. So. Ja, okay, geht klar, wa? Warum drücke ich die ganze Zeit... Nein, warum... Sag mal, ich lade... Nein, tut mir leid. Tut mir leid, ich lade jetzt nochmal neu. Tut mir leid. Solange der mich wirklich verletzt, weil... Ich will einfach nur weiterkommen. Oh, Gott. Jetzt ihr so da draußen so... Oh, Gott, ist die scheiße. Warum tut sie das? Oh, Gott, ich gucke mir ihre P's nicht mehr an. Tut mir leid, da bin ich jetzt richtig pingelig. So, Szenario. Und jetzt klatsch mal hier schneller spielen, ja? Sonst breche ich dir die Knochen von innen. Mann, ey. Und ich darf nicht immer so gezielt einfach ganz schnell auf X drücken, weil wenn ich ganz schnell auf X drücke, drücke ich automatisch auf Nein. Das muss mein Kopf langsam jetzt eingespeichert haben. Oh, nee. Umso länger ich Ladevorgänge sehe, umso mehr Lieder fallen mir ein, die ich hier langtrillern könnte. Aber ich muss mich so in Grenzen halten, zurückhalten. Ihr tut mir irgendwie leid, weil ihr voll den Ohrenkrebs bestimmt schon längst von mir bekommen habt. Gut, okay. So, jetzt wirklich. Einfach ganz schnell auf Ja und dann zack die Bohne hier. Mann, gerade eben war das so gut. Hätte ich dieser scheiß Cindy nicht geholfen. Cindy aus Marzahn. Ha, ha, ha. So. Ja. Okay, wenn er mich einmal kriegt, ist okay. Ja, gut. Moment, Moment. Lasst mich überlegen. Ja, okay. Gehen wir zum zweiten Untergeschoss. Das heißt, wir werden nun den Kampf antreten mit dem Endboss. Yeah. Arriba, arriba, arriba. Tanzen, Viva Pinata Spaß. Was machst du denn hier, du hast sie gesell? Na, komm mal mit. Wenn es dich noch gibt, dann würde ich nicht versuchen, dich mehr zu retten. Labor. Ah, jetzt kommt erstmal natürlich ganz kurz eine andere Zwischensequenz. Oder ein anderes... ...Äh, System. Ja, der Leechman ist hier. Das trifft sich sehr gut. Denn, meine Gesellen, Festtemperatur-Labor. Warum habe ich gerade voll den Sprachfehler? Ich weiß es nicht. Nochmal von Anfang. Also, meine Toastbrotgesellen. Jetzt können wir den super tollen Leechman, der uns so viel verarscht hat, einfach nur mal selber verarschen. Nein, Cindy, du kommst hier nicht rein. Cindy, du ver... Cindy, du... Ey, wenn ich dich mittöte, dann tut's mir leid, wa? Oh, Mann, ey. Psst, jetzt sei leise, Cindy. Und benimm dich. Denn... Wir werden jetzt wunderschön den Leechman austricksen. Indem wir ihn hierher locken. Der kommt jetzt auch wirklich gleich hierher. Keine Sorge. Wir müssen nur ganz kurz warten. Zwei Stunden später. So standen sie immer noch in diesem komischen Raum. Und der Leechman traf nun an. Der Leechman ist eingetroffen. So, passt mal auf. Wenn der jetzt versucht, hier reinzukommen, wenn wir ganz schnell rauskommen... Und Cindy, es tut mir leid, wenn du zu dumm bist und jetzt einfach... There. Ja, gut, Cindy. Nein, noch nicht, Cindy. Cindy, du machst alles kaputt, Cindy. Du bist sche... Du bist scheiße, Cindy. Jetzt. So, tut mir leid, Cindy. Auf. Hoch. Cindy, verpiss dich. Die Einstellung konnte ich nicht ändern. Da drin ist jemand. Ja, da drin war noch Cindy und... Bäm. Voll Rinder. Schaut mal, er verbrutzelt wunderschön in der Fritteuse. Oh, das ist so schön. Ich bin in der Sauna. Ahoi, Brause. Mach was Prickeles. Dementsprechend, mach was Heißes. Lass die Sau richtig raus und schwitz deine Eingeweige raus. Die Wöö, diese wunderschönen Würmschienen, die werden jetzt hier auch schon abgeschwitzt. Und... Dead. Dead or Alive 4. Und wer hat gesiegt? Richtig, die Toastbrotgesellen. Die Toastbrot-Zukunft. Toastbrote an die Macht. Yeah. So. Cindy, du bist scheiße jetzt. Geh mal da raus. Wegen dir hätten wir fast dieses Experiment nicht tun könnten. Jetzt müssen wir wieder Temperatur im Labor auf niedrig stellen. Weil sonst würden wir uns verbrennen und wir könnten die Schlüsselkarte nicht auf uns nehmen. Nicht zu uns nehmen. So. Ähm, Cindy. So. Schlüsselkarte Stufe 2. Jetzt brauchen wir auch gar nicht mehr die Blutbeutel. Und jetzt, hört mal, wer das ist. Das ist der Arzt von vorhin. Was ist mit ihm passiert? Wisst ihr noch, am Anfang ist es doch dieser Arzt, der sagte, I'm apologize if I disturb you. Oder irgendwie so. Der hat uns doch auch angeblich erschreckt. Und er sagt, jetzt werde ich auch bald das Krankenhaus verlassen. Wo ich doch dann gleich am Anfang gesagt hatte, warum können wir nicht einfach zusammenbleiben? Da hat gerade irgendwas aufgeblinkt. Das würde ich mir ganz kurz nochmal ansehen. Also schnur than... Nur schnur... Nur trax... Nur strax zurück. Nur trax. Ich meine, Sprachfehler sind manchmal... Perfekt, lustig und so... Unerfahren. Oder so funny. Ich weiß oh nicht. Ja, ja, ist klar, ist klar Seht ihr, das meine ich, sobald irgendeiner stirbt, mir ist letztens Cindy verstorben Wurde sie dann zum Leechman Aber nun, demzufolge ist hier jetzt, wie heißt er nochmal, Jim zum Leechman geworden Oh, scheiße, und ich dachte, wir hätten jetzt freie Bahn Das ist fies von den Machern gemacht Was finden wir hier? Nein, Cindy, verpiss dich, ich will ihr nicht helfen Ein Blutsteller, das ist sehr gut, jetzt brauchen wir diese Karte ja nicht mehr Oder brauchen wir die Schlüsselkarte? Brauchen wir die Schlüsselkarte? Ah doch, ich glaube, die brauchen wir Wieso brauchen wir die Schlüsselkarte Stufe 2? Ach, jetzt weiß ich wieder, okay, nein, lass mal, nein Cindy, du gehst mir vor auf den Sack? Ja, nimm dir den Blutsteller und dann ist gut Danke Okay, nee, jetzt müssen wir wieder ganz schnell durchhetzen Diese Schlüsselkarte werden wir nämlich nach, äh, hier hinten gibt es wieder so ein Teil Aber ich wollte ganz nah, äh So, das war es einmal, was ich gesagt habe, Leute Ja, tut mir ja wohl leid, ne? Ganz ehrlich, ich will jetzt noch mal abspeichern gehen, weil wenn ich abfehle, möchte ich das hier nicht nochmal alles machen. Das heißt, wir gehen noch mal ganz kurz mit dem Fahrstuhl. Man beachte die Grammatik in diesem Satz. Wir gehen noch mal ganz kurz mit dem Fahrstuhl. Seit wann kann man mit dem Fahrstuhl gehen? Ja, richtig. Ich weiß auch nicht, seit wann. So. Erstes Untergeschoss. Erstes UJ. UK. Genau, dann werden wir abspeichern und dann werden wir nur noch die Schlüsselkarte verwenden. Und dann stehen wir schon unserem ersten Endboss wieder gegenüber. Ja, jetzt kommt Jim. Ja, hm? Du erfreust mein Herz zutiefst, Jim. Und ich bin auch zutiefst enttäuscht, dass du dich zu so einer Kreatur entschieden hast. Du bist nicht mehr derselbe Mann, den ich mal kannte. Wie sagt man, Liebe macht blind. Sobald man aber heiratet, kann man wieder sehen. Die Daten wurden gespeichert. Das ist eine erfreuliche Nachricht, die sich einfach nur lohnt. Gut. Gut. Und jetzt werden wir wieder versuchen, ganz schnell durchzuzischen. Ich hoffe, Jim ist weg, weil... Sonst wird er uns jetzt gleich mal wieder eine batschen. Und dann verliere ich noch mehr Leben und ich brauche unbedingt Leben, um beim Endboss zu überleben. Ja, aufzugrufen. Der Schacht ist noch offen, aber von ihm keine Spur. Yeah! Okay, Toastbrotgesellen. Seid alle ganz gespannt und bereit jetzt. Oh Gott, wir werden unserem Tod entgegenblicken. Tadadadam! Okay, der Ladevorgang. Ja, der hat sich gerade... Okay. So, ganz schnell jetzt. Verwenden. Okay. Ganz schnell durch. So. Da hat zwar irgendwas geblinkt, ich weiß nicht, was es war. Eingang zur Unterführung. Aber ich brauchte dieses Teil auch nicht. Und wie gesagt, bis hierhin zum Endboss habe ich schon mal gespielt. Aber... Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Hier können wir uns jetzt noch einmal heilen mit dem Teil. Jetzt brauchen wir die Schlüsselkarte ja gar nicht mehr. Verwenden. Wechseln, dann werden wir es hier auch packen. Und ja, jetzt werden wir mit dem Bötchen eine wunderschöne Spritztour machen verwenden. Denn dieser Schlüssel war zu diesem Boot. Weil das Boot angekettet war. Genau. Oh Gott, Leute. Ich habe gerade abgespeichert. Gut. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich den töten sollte. Ich weiß das echt nicht. Und ich will jetzt gerade voll nicht abfällen. Voll nicht abfällen. Ja, cool. Wie ich mich kenne, werde ich jetzt hier bestimmt wieder abkacken. Und das mag ich gar nicht. Ich kann wohl im Boot fahren. Bedienen Sie das Boot? Ja, aber hallo. Gehen Sie jetzt und lassen Sie die anderen zurück? Ja. Ich meine, Jim ist sowieso schon zum Leechman geworden. Und Cindy ist... Was weiß ich, wo sie sich gerade rumtreibt. Das interessiert uns aber nicht. Und Mist, diesen scheiß Tomatensaft habe ich immer noch nicht gefunden gehabt. Jetzt beiße ich mir gerade die Arschglocken. Ha, Spaß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Meine Fresse. Oh Mann, ich habe voll Angst. Ich weiß echt nicht, wie man den tötet. Ich weiß nur, man versucht alles drauf zu ballern. Ja, und sonst? Habe ich keine Ahnung mehr. Da bin ich ratlos. Oh Gott, ich bin gerade voll aufgeregt. Äh, fuck. Nein, warte mal. Kann man den vielleicht irgendwo hinlocken? Das habe ich nicht auspersucht, auspuriert. Äh? Ich will mal gucken, bis wohin wir laufen können. Weil ich habe auch was gelesen. Ah, ja. Das könnte explodieren. Gut, wir locken ihn hier hin. Die Kacke ist, ich sehe jetzt nicht, wann er da ist. Wenn er da ist, schießen wir auf dieses Teil. Okay. Und wir werden eine Explosion veranstalten. Bis jetzt braucht er ziemlich lange noch, ähm, ausrüsten. Lieber mehr die mit... In der Zwischenzeit können wir noch Munition hier hin wechseln. Ja. Okay, dann werden wir mal ganz kurz schauen. Put, put, put. Komm her, kleines Würmchen. Du Zungenwürmchen. Komm her. Du Wurm. Du Wurm eines Untertans. Ja, er kommt langsam näher. Das ist sehr gut. Ja, komm näher. Komm, ich habe Leckerlischen in der Tasche. Genau, wenn er hier ist, wenn ich ihn da sehen kann, dann werden wir ganz schnell zischen. Und ich hoffe, ich verkacke das einfach nicht. So, sehr, sehr hohe Konzentration. Da ist er. Da ist er. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht zu nah dran. So, ruhig. Ganz ruhig. Wehe, ich bin zu nah dran, denn ist es auch aus mit uns. Ich sehe ihn gerade gar nicht und ich weiß gerade gar nicht, ob ich auf diesen Explosionstank drauf schieße. Der müsste gleich kommen. Scheiße. Ich habe den Explosionstank. Fuh, dich. Scheiße. Okay, das haben wir nicht geschafft. Warum haben wir das nicht geschafft? Mist. Man kann bis hier hinlaufen. Das ist... Okay. Das ist mein einziges Erste-Hilfe-Spray noch, oder? Ja, scheiße. Kann man den vielleicht bis hier hin locken? Und dass ich ihn dann hier vielleicht fertig mache? Ich wollte auf diesen Tank schießen. Ich wusste nicht, wie. Ja, komm ruhig näher. Kann man jetzt hier? Ah, seine Zunge kommt schon näher. Komm her. Ich glaube, aus so einer Distanz treffen wir ihn gar nicht. Nee, aus so einer Distanz kannst du sonst was machen. Gehst du mal nach oben, Jocko? Danke. So. Nachladen. Sie laden nach. Ja, eine wunderschöne Nachricht. Ja, Moment. Oh, Erste-Hilfe-Spray. Oh, du bist meine Rettung. Was kann man hier jetzt sonst noch machen? So. Ich hoffe, der kann jetzt irgendwie hier nicht irgendwie was passen. Ich balle mal einfach jetzt alles drauf los. Haha, der ist voll dumm. Ich hoffe, wir treffen aber auch. Ich hoffe, wir treffen ihn wirklich. Anspannung pur. Spannung pur. So. Oder schießen wir einfach nur dumm durch die Gegend. Ach, das ist auch wieder leer. Nachladen. Oh, oh. Leute. Oh Gott. Ich weiß gerade gar nicht, was wir machen müssen. Haben wir ihn getötet? Haben wir ihn getötet? Bitte sag mir ja. Bitte sag mir ja. Sag mir nein. Spaß. Haben wir ihn getötet? Ich traue mich jetzt nicht dahin zu laufen. Ja, die Waffe kann sie sonst wo in den Arsch stecken. Wir haben gar keine Munition mehr. Scheiße, was habe ich hier nochmal abgelegt? Auch Schlüsselkarte. Auf jeden Fall haben wir auf diesen Typen drauf geschossen. Verwenden. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Hier liegt was. Ach, hier haben wir noch eine Pustole. Ja, eine Pustole. Die werden wir jetzt ausrüsten. Ist der Typ jetzt tot? Oder ist das nur so ein Fake-Effekt? Geh mal nach unten, Jocko. Moment, nehme ich überhaupt mit Stimme auf? Ja. Okay. So, geh mal nach unten, Jocko. Also, eigentlich war das eine gute Idee, ihn bis hierhin zu locken. Ich hoffe, wir rennen jetzt nicht in unseren eigenen Tod und der ist wirklich gestorben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Die Spannung läuft, Leute. Und wird das Toastbrot Gin Tonic Super Sonic schaffen? Werden die Toastbrotgesellen es auch schaffen, dieses Szenario, das Nest, zu vollenden? Ja oder nein? Was soll es sein? Kekse mit Kuchen oder ein kleines Schwein? Nee, Spaß. Okay, Leute. Wie es ausschaut. Ich hoffe, wir haben es bitte, bitte geschafft. Haben wir es geschafft? Oh Gott, oh Gott. Mit Stille erwarten sie. Ja. Ja, wir haben Jim und Cindy vergessen. Oh, das war so toll. Yeah, Leute. Toastbrotgesellen, wir haben es geschafft. Fortsetzung voll. Einfach nur super genial. Wir haben es endlich geschafft. Yes. Okay, Joko leicht, Ereignis Abschlussrate 52%, Spielzeit Rang C, überlebt 2 von 3. Oh, das hat trotzdem noch gegelten, dass Cindy überlebt hat. Spezialobjekte 1, ja. Ich hätte 2. Punktergebnis 994 Punkte Spitze. Ich will die andere Seite gucken. So. Blutbeutel benutzt, Strom für Rouladen abgeschaltet. Rouladen in 1. Okay, geöffnet. Warteraum-Rouladen geöffnet. Aufzug in... Ja, ja. Bla, bla, bla. Bla, bla. Reparaturnotiz erhalten. Speichern. Achtung, neue Bonus-Funktion freigeschaltet. Bonus im Outfit... Oh, äh, Dings hier. Bläh, bläh. Wir haben ein Outfit, einen Film, einen Sound freigeschaltet und... Inferno, das nächste Szenario, meine süßen, lieben Zuschauer hier. Spaß. Es gibt bereits... Sollen die Daten überschrieben werden? Yo. Oh, yeah. Bitte eine beliebige Taste drücken. Wir drücken die X-Taste. Yeah, Leute. Ja, Leute. Oh, ich bin so glücklich. Inferno. Während wir Plan und Rauch im brennenden Hotel auswischen, erlebten wir, was ein Inferno bedeutet. Die Hölle. Auf jeden Fall werden wir dieses Szenario im nächsten Part machen. In der nächsten Folge, die dementsprechend dann die 20. Folge ist. Somit verabschiede ich mich nun mit den Worten Hakuna Matata, meine Toastbrotgesellen, und Mahuhu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Yeah.